herzlich willkommen zu einer weiteren folge der karte noch den marsch als version 1.3 folge weiß ich nicht genau wir schauen wir gleich mal nach unsere gras fahrer die stehen sind fertig entlassen und dann fahren wir gleich richtung 25 oder 24 nachdem man kann weitermachen dann nehmen wir ihn auf so das machen wir hier immer löschen und dann suchen wir den kurs von nachbarn hier gas main 25 ist hier um 24 ganz kurz erwachen richtig anfängt er macht halt nicht richtig das alte problem sie müssen wir sehen mal den alten kurs lassen noch von vorne das machen wir noch null über strich die ersten meter sind entscheidend und dann werden wir sehen ob er entsprechend richtige bahn trifft oder nicht das sind wir eingreifen eine kurve sind schwierig entlassen er trifft die bahn nicht richtig müssen ein bisschen korrigieren das scheint aber auch zu sein mit dem modus 9,5 meter zu sein teilweise scheint vermute ich mal so wenn wir jetzt am nächst anderen punkt nehmen 0,8 meter war das passt glaube ich gut dass wir die rolle geschickt hinter uns haben aber dazu sagen wir haben ja heute auch noch nicht hinteren teils auch so klappt das stellen wir wieder eine straße hin natürlich habe ich jetzt hier muss ich in der sammlung gleich das ist natürlich verkehrt begonnen die bremse geht im uni und lichter und da wir graben und nachmachen hier so und lassen fahren wir auf 25 haben zu tun mit nur mit grasen und ballen ich glaube es gar nicht aber die kleinen felder machen mehr habe ich ein großes weil wir haben viel mehr eingreifen müssen bevor der hoch runter fährt müssen wir natürlich die ballen weggesammelt haben saubetter guter ist halt so ja die leistung passt hier mit knappe 50 fps ist alles gut ja die leistung passt hier mit knappe 50 fps ist alles gut so angekommen hier mal den alten kurs löschen den werden wir jetzt auf 0,9 meter machen dann dichter ran links brauchen wir auch nicht erstmal kurs lahn und zwar fährt nur 25 dann links sich da ran 0,9 oder knappen meter brauchen wir sie auch nicht so schauen wir wie beginnt ne da sieht ganz gut aus wir müssen ganz schnell das gras runter holen und den ballen pressen die dann der regen uns die verluste macht so entlassen und gleich wieder loshängen hier und x und x erstmal weg stellen den nächsten wiesen machen wir dann später immer ein nach dem anderen so da kann er stehen bleiben ja gut hopfen wächst normalerweise so nicht norn schon glaube ich schon gar nicht dann macht das klima glaube ich nicht oder das im boden nicht aber das ist egal das ist ja nicht so tragisch könnte aber norn aufwachsen denke ich mal könnte wissen tue ich es nicht denn das wetter ist in bayern nicht anders wie im norden gut vielleicht ein bisschen wärmer im ganzen aber ja das ist sportlich ne könnte ich so nicht über den Zaun springen ich würde mir eher eine Kneifzange nehmen und den Zaun wegnehmen aber nicht über den Zaun springen so was drüber legen und dann rüber steigen ja aber aber so springen an sich ist gar nicht möglich selbst wenn man noch jung ist in Anführungszeichen da ist es für gar nicht mehr möglich der Zaun hat ja ungefähr 1,60 oder so 1,50 im Schnitt Meter naja gut einen Meter kann man sich auch böse auf den Staun zu legen ne sagt man ein ne sprengt man so nicht rüber glaube ich nicht ok ja gut die Wiesen werden äh spätestens äh kurz vorm Winter wenn alles klappt nochmal äh mit Getreide eingesät also Bitter Weizen und Gerste die beiden großen Wiesen kleinen Wiesen das weiß ich nicht genau was ich da machen werde ich kann direkt an die so dass die Wiesen bleiben weil auch die Geräte einfach zu groß sind zum Ernten also aber da müssen wir irgendwie einen Ausgleich schaffen hier im Prinzip da wo Getreide waren da muss dann eine Wiese hin ne damit wir entsprechend auch den die BGA bedienen können ne die haben wir mal gekauft die müssen jetzt ganz schnell nebenan noch äh Ballen sammeln und das ist gleich soweit kommen wir rüber ne und wiederum müssen wir hier auch weg machen also da 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 zwei Ballen drei Ballen die muss ich auch noch einsammeln weil sonst ist hier können wir nicht düngen dann will heute Nacht wenn wir vorspuren hier schon mal gedüngt ist halt noch einer so dann gehts rüber zur Kontrolle nochmal noch mal eine Ecke hier dürfte alles gesammelt sein dann können wir näher schön düngen 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 nächste Ding fertig und morgen ja das heißt in einer Woche geht los mit Mais denke ich mal ne hopfen hopfen muss gemacht werden ich denke wir werden erstmal hopfen machen weil meist ist ja eigentlich so nicht das Problem wir werden jetzt die Ballen die Problemballen wegräumen die anderen Ballen sind ja erstmal ich sag mal ganz vorsichtig nebensächlich der mal kriegen hier die stören ja nicht und wenn die stören wenn die stören weg sind dann ist gut und zwar ganz oben mal schauen ob da einige Ballen sind die beim Wenden stören könnten dann wollen wir halt entsprechend wegnehmen das sieht eigentlich ganz gut aus die linken beiden stören nicht das ist nur der eine ganz oben der könnte stören aber auch eher nicht also der würde auch nicht stören dann nehmen wir noch einen von hier mit und dann haben wir voll dann fahren wir die Schräge hier hoch dann kam ja vorne auch hoch dann müssen wir den nächsten gleich bei gehen und dann da auch die Problemballen wegräumen so auf geht's ne Plane zu Sollte eigentlich zur BGH gehen zur anderen dann haben wir komplett verkehrt gefahren dann hätten wir die Anrichtung nehmen müssen ja gut da kann man da hin fahren viele Wege führen nach oben ist ja kein Problem fahren wird so die Karte ne und die Welt hier ne auch wenn sie recht klein ist aber für das Spiel recht groß ist ja wir fahren zu einem anderen BGH und dann geht das schon dann geht's dann geht's da ist sie schon mal da nächste ladung können wir später nötiges kleingeld verdienen um die produktion kaufen zu können angefangen bei der malzfabrik und dann bei der brauerei und bei der malzfabrik kriegen wir auch schweinerfutter raus komm komm hier hier fußgänger hier eine straße verkehrt wer ist hier alles hergefahren mensch bei dem wetter möchte keiner zu hause bleiben oder was kann man ganz gut raus hier schon gewundert wieso kommt die fußgänger hier na ja so ist das soll es heute gewesen sein wir treffen uns gleich wieder oder auch nicht je nachdem die zeit habt oder spaß hattet dann sage ich hier mal schüß und den link ist ja es geht nur weiter und so gibt es heute kann auch heute sein